Was bedeutet Islam anzunehmen? Hast du dich damit auseinandergesetzt und du weißt, was das bedeutet, Islam anzunehmen? Ja, also mein Vater ist Muslim und ich habe marokkanische Freunde, also die haben mich schon alles beigebracht, ich spät auch schon fünfmal am Tag, aber ich habe aber noch nicht das Glauben der Kenntnis abgegeben. Also, aber du hast jetzt auch unsere Internetseite Einladung zum Paradies kennst du auch, ja? Klar, logisch. Ja, ja, ich bin da drauf und habe da in Diener mehr gesehen. Alhamdulillah, super. Okay, kannst du Shairda schon auswendig sagen oder soll ich dir vorsagen? Ja, ich kann schon auswendig sagen. Okay, dann sag das selber mit der Absicht Islam anzunehmen, inshallah jetzt, ja? Inshallah, okay. Soll ich anfangen? Sag inshallah, ja. Sag inshallah, na le ilaha illallah, sag inshallah, Sag inshallah, na muhammedan rasululullah. Alhamdulillah, brennt sei Muslim geworden. Alhamdulillah. Jetzt hast du Islam offiziell angenommen. Wo kommst du her, Axi? also ursprünglich aus bosnien ja also dein vater ja und und wo und wo wohnst du in deutschland mainz mainz marschallallau super du hast diese telefonnummer hier ja oder wenn du irgendwelche probleme hast achi bitte ruf uns an ok damit man immer weitermachen kann und deine freundin die sonne an die fest dann kummer wurde ich gebe dir auch noch meine telefonnummer ok